Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Tutorial zu einem Programm. Ich hatte es nämlich schon ein paar Mal, dass ich versehentlich Dateien gelöscht habe und die dann irgendwann später nochmal brauchte. Und genau dafür möchte ich euch das Programm Recoverit vorstellen. Das kann nämlich Gelöschdateien wiederherstellen. Wie das funktioniert und auf was man achten sollte, das erfahrt ihr in diesem Video. Los geht's. Recoverit nutze ich in diesem Fall für den Mac, gibt es aber natürlich auch für Windows. Damit hat man die Möglichkeit gelöschte oder verlorengegangene Dateien wiederherzustellen. Dazu zählen zum Beispiel Fotos, Videos, Textdokumente, PDF, Musik, E-Mails und so weiter. Möglich ist das Ganze zum einen von der internen Festplatte, das sehen wir hier oben auch direkt. In meinem Fall habe ich hier noch die Bootcamp-Partition oder natürlich auch von externen Festplatten oder auch SD-Speicherkarten, USB-Laufwerken, USB-Sticks oder SSDs. Das kann man nämlich dann hier alles sehen. Ganz praktisch finde ich auch, dass man hier unten auch direkt den Speicherort auswählen kann, wie zum Beispiel den Papierkorb. Wenn ihr einfach mal versehenlich den Papierkorb gelöscht habt, könnt ihr das hiermit wiederherstellen. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich an. Oder man kann hier rechts auch ganz speziell einen eigenen Ordner auswählen. Super finde ich auch, wie das Programm aufgebaut ist, also vom Design und von einer Aufmachung. Man findet sich hier einfach sehr schnell zurecht. Ich habe hier einfach mal was vorbereitet und zwar einen externen USB-Stick. Da habe ich so ein paar Dateien drauf, einen Film, dann hier ein PNG, bisschen Musik, ein Foto, PDF-Dokumente, dann hier was von Pages und dann noch ein weiteres Skript von mir. Und ich würde sagen, ich markiere jetzt hier einfach mal alle und packe die mal in den Papierkorb. So, und sie sind jetzt also vom USB-Stick gelöscht. Jetzt fällt mir aber ein, ich brauche jetzt eigentlich die Dokumente doch wieder oder ein paar jedenfalls. Und dann gehe ich hier an das Programm und kann jetzt hier das externe Laufwerk USB-Stick auswählen. Das machen wir jetzt einfach mal. Der wird hier direkt angezeigt und dann klicken wir hier unten rechts mal auf Starten. So, dann gucken wir mal, was passiert und ich hoffe mal, dass er jetzt die ganzen Dateien wiederfindet. Hier könnte man das Ganze jetzt hier auch noch ein bisschen klassifizieren. Also wenn man jetzt bestimmte Dateien sucht, zum Beispiel Dokumente, Fotos, Videos und so weiter. Aber wir sehen schon, der arbeitet hier noch. Ich würde sagen, lassen wir den mal kurz fertig machen. Wir sind hier bei 53%. Wir lassen das hier einfach mal kurz durchlaufen. Ich habe jetzt hier diese Meldung bekommen, Scan abgeschlossen und zwar wurden 1293 Dateien gefunden. Warum jetzt so viele? Da waren nur jetzt nur 5, 6 drauf. Das liegt daran, da ich hier diesen USB-Stick auch für die Uni benutzt habe und diesen in den letzten Tagen einfach mal komplett formatiert habe. Und ja, die wurden jetzt ebenfalls noch gefunden. Wie gesagt, ich habe den USB-Stick zweimal formatiert, aber jetzt habe ich hier diese ganzen Dokumente auch ebenfalls noch gefunden. Aber hier sehen wir schon, die wichtigsten, die ich jetzt haben wollte, haben wir ebenfalls hier das PDF-Dokument. Wählen wir einfach mal aus. Dann haben wir das PNG-Dokument, das Foto, das Pages-Dokument ist ebenfalls dabei und dann hier das Word-Dokument und auch das Video. Ansonsten die weiteren Dokumente, die ich jetzt wie gesagt schon formatiert habe, sind dann hier ebenfalls auch noch. Aber ich will jetzt einfach mal diese wiederherstellen und drücke jetzt einfach mal hier unten auf Wiederherstellen. Dann muss ich jetzt einen Speicherplatz auswählen. Wenn ihr jetzt das Problem habt, dass ihr zum Beispiel Datenverlust bei einem Speichermedium festgestellt habt, dann empfiehlt sich das Ganze nicht auf dem gleichen Medium wiederherzustellen, sondern auf einem anderen, zum Beispiel auf einer anderen Festplatte und so weiter. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Ich mache das jetzt einfach mal unter Dokumente. Ich lasse den Titel jetzt auch so, das ist okay und drücke mal auf Sichern. Das dauert jetzt auch wieder eine kurze Zeit. Ah, okay, das war schon fertig, das ging fix. Und dann gehe ich jetzt einfach mal auf Dokumente, beziehungsweise es wird mir direkt geöffnet, das ist ganz cool. Und wenn ich da raufgehe, habe ich sofort diese ganzen Dokumente, die ich jetzt vorher gelöscht habe. Finde ich wirklich extrem praktisch. Ich kann es hier einfach mal auf dem Bild raufgehen. Ja, ist komplett enthalten, hat keine Fehler. Das nächste hier ebenfalls nicht. Gucken wir hier das PDF-Dokument nochmal an. Läuft auch alles super. Wie ihr seht, es hat auf jeden Fall funktioniert. Eine wichtige Sache noch und zwar, wenn jetzt Dateien auf dem Laufwerk C bei Windows wiederherstellen möchte, da kann es nämlich sein, dass die leicht überschrieben werden, wenn sie gelöscht sind. Und wenn sie überschrieben worden sind, die Daten, dann kann man sie leider nicht mehr so einfach wiederherstellen. Das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Ich kann ja hier nochmal bei Recoverit schauen, ob jetzt die ganzen anderen Dokumente, Dokumente, die ich ja wie gesagt schon zweimal formatiert habe, ebenfalls noch dabei sind. Aber ihr seht schon, das sieht ganz gut aus. Hier haben wir auf jeden Fall richtig viele PDF-Dokumente, Word-Dokumente und so weiter. Also ich habe diesen USB-Stick wie gesagt zwei-, dreimal formatiert, aber ich kann sie hier mit diesem Programm wieder aufrufen und dann halt wiederherstellen. Ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, wenn ihr mal das Problem habt, dass ihr wie gesagt nicht mehr an eure Daten rankommt bzw. sie gelöscht wurden oder formatiert wurden oder durch irgendeinen System-Crash verloren gegangen sind. Bei mir hat es auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Einen entsprechenden Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Checkt das auf jeden Fall mal aus und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis dann, macht es gut. Ciao.